Kennt ihr noch jemanden? Karl S., der hat ungefähr früher auch immer seine Kamera so gehalten. Es würde nämlich jetzt in diesem Fall die Dominanz von Manfred ausdrücken, weil wir ihn von unten angucken. Das heißt, er ist höher gestellt als wir. Ist ja aber auch egal. Moin, mein Name ist Nico, der Profi. Herzlich willkommen zurück zu Ark Storytime, zu Let's Play Ark, zu was auch immer. Folgendes, erstmal hier, der Rex steht hier so ein bisschen. Also was der Rex hier macht, ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Er ist dahingeschubst worden von dem Diplo Dokus und ja, jetzt steht er halt da. Da müssen wir mal gucken, dass wir den da irgendwann nochmal wegkriegen. Der Diplo Dokus hat es auf jeden Fall hier nicht lange gemacht in der Base. Safe. Paul, was machen wir heute? Fragt ihr euch sicherlich. Und das hat ich mich auch gefragt. Und ich würde sagen, lasst uns doch mal wieder in die Hülle gehen. Wobei, Moment, Moment, erstmal die Checkliste. Ton ist an, ihr hört mich gerade. Gamesound ist an, ihr hört mich. Das ist sehr schön, ihr hört mich, ihr hört das Game. Richtiges Format, kann ich nicht überprüfen, wird wahrscheinlich aufgenommen, weil es noch so eingestellt ist. Und das Handy, was wir letztes Mal halt gehört haben, packe ich gerade mal ein bisschen weiter weg. Aber das hat mich auch schon wieder geärgert, ne? Ihr wollt da am Ende des Videos, am Ende des letzten Videos, wollt ihr doch sagen, Haha, ich hab die Street gebrochen. Diesmal lief alles gut im Video. Kein, gar nichts, kein, was auch immer, ja? Und dann höre ich das selber und denke so, verdammt nochmal, ist etwa ein Fluch hier auf Ark. Aber diesmal sollte alles gut gehen. Ich mache seit einem Jahr Videos. Und das Handy liegt immer da und man hat es noch nie gehört, aber da schon. So, auf jeden Fall gehen wir heute in die Höhle und werden mal ein bisschen die Lava-Höhle erkunden. Und dafür brauchen wir ein paar Sachen. In der Lava-Höhle, Frage, kurze Frage an euch. Was denkt ihr, was in der Lava-Höhle so ist? Also, was glaubt ihr, wie ist so die Temperatur da? Vollkommen richtig, es ist super heiß da drin, deswegen nehmen wir uns mal Hate-Flaschen mit. Ich werde mal so vier Stück machen, die machen wir uns voll, nehmen die mit. Dann sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Die wiegen auch jeweils nur zwei. Klassische Nachfrage aus der Schule, zwei was? Zwei Äpfel, zwei Böhren? Die machen wir mal voll und nehmen die dann auf jeden Fall mit, damit wir genug zu trinken haben, denn das wird ein Problem sein. Und wir werden heute mal ein bisschen kochen. Ja, äh, Günther, beruhig dich mal da unten. Wo ist Günther? Ich sehe ihn jetzt hier nicht durch. Der ist irgendwo unter uns. Mann, 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 Günther wieder am... Hallo! Das ist Günther, der mich hier schiebt. Das gibt es jetzt nicht. Günther, irgendwann ist auch Schluss. Irgendwann ist Schluss hier mit deinem Rumgebäuke die ganze Zeit. Feierabend hier. Günther, ich hab's hier schon mal... Ich muss hier arbeiten. Ich muss hier noch eine Höhle machen. Ich kann mir dein Gelaber nicht immer anhören. So, wo waren wir bei gewesen? Wasserflaschen. Nehmen wir uns mal alle mit das Glas. Können wir eigentlich... Ja, nehmen wir auch mit. Nehmen wir nicht mit, lassen wir hier oben drin. Das werde ich mir sicherlich gemerkt haben, dass es da oben drin ist. Dann sagt ich, werden wir kochen, weil es wird sehr, sehr heiß da drin werden. Und hab ich noch irgendwo... Hier hab ich noch einen Kochtopf. Und zwar werden wir uns die wunderbare Kalien-Suppe machen. Aber ich muss mal gucken, ob ich Stimulantien habe. Stimulantien haben wir... Haben wir zum momentanen... Da waren doch mal drei Mortar und Pestel. Was ist denn hier los, sage mal? Ach, noch eine andere Supersache. Ja, jetzt müssen wir doch den Rekt schon da wegbekommen, den Level 134er. Kann der rückwärts laufen? Ah, sehr schön. Problem gelöst. Und dann machen wir mal folgendes. Wir stellen die mal beide auf Paaren. Und dann können die sich mal eben Paaren aktivieren. Und jetzt lass knattern. Jungs und Mädels, ja, wunderschön. Da sind die Herzen am Start. Ich weiß halt nicht, wie oft ich die paaren kann. Naja, Ziel ist es ja jetzt erstmal ein Zuchtpaar rauszubekommen. Aber ich brauche eigentlich auch noch Eier, damit ich ein Hatchery bauen kann. Hatchery? Was ist das denn? Gute Frage. Gute Frage, Jimmy. Und zwar ist es so ein Ding aus S+, was halt die Eier aussammelt und ausbruttet bis 1% oder 0,1%. Das haben wir selber nicht mehr so viel zu tun. Ist ziemlich praktisch. Was möchte ich nun hier dran? Man weiß es nicht. Aber kommen wir zurück zu den wichtigen Dingen und das sind die Stimulantien hier. Da brauchen wir Stimbeeren für. Wie viele Stimulantien machen wir denn mal? 30. 30 sollten genügen. So, versuchen wir doch mal 10 Kalien-Suppen herzustellen. Nicht wundern, dass das hier funktioniert. Ich spiele ja... Ich muss jetzt jedes Mal, dass da alles neu... Ich hätte den Industriekocher schon erfahren sollen. Aber momentan habe ich echt das Problem. Was macht er denn jetzt? Ich möchte kein Energiegetränk herstellen. Brauche ich da auch Asylbeeren für? Nein, Asylbeeren raus. Ich habe aber gerade das Problem, dass die Ressourcen nicht mehr nachspawnen. Wenn ich dadurch einfach nicht dazu komme, jetzt noch den Industriekocher zu bauen. Weil der kostet ganz schön viel. Alleine 1800 Metall. Das ist halt das Problem, dass er das momentan nicht nachspawnt. Ich habe hier irgendwie... Oh, ein Ei, ein Ei, ein Ei. Wir müssen das unbedingt aufheben. Hier ist es. Boom. Wann könnt ihr wieder? Bereit zur Paarung? Ja, ja gut. Habe ich gesagt, dass man eine ganze Folge aus den Paaren machen kann? Oder habe ich gesagt? Warte mal, warte mal, warte mal. Nee. Da ist das Weibchen. Sehr schön eingestellt im Singleplayer. Das ist ja herrlich. Leck mich doch am Zickerli. Das geht doch hier jetzt gleich Schlag auf Schlag. Ja, sehr schön. In den Kühlschrank. Das ist gut aufgehoben, weil das wird jetzt erstmal nicht verderben. Da ist ja schon wieder eins. Das geht ja wirklich hier richtig, richtig schnell. So, ich habe jetzt nochmal ein bisschen gekocht und habe einfach diese Kalienzsuppe gemacht. Die sorgt einfach dafür, dass wir ein bisschen Isolierung gegenüber Wärme bekommen und dass das Durstgefühl gesenkt wird. Also wir verbrauchen weniger Wasser. Das ist in dieser Höhle sehr, sehr praktisch. Außerdem habe ich auch noch ein medizinisches Gebräu angefertigt, damit wir da auch abgesichert sind, falls wir mal Schaden nehmen sollten. Zehnmal sollten es auf jeden Fall reichen. Wir nehmen auf jeden Fall den Ghillie Suit mit, weil der auch noch ein bisschen Wärmeisolierung gibt und eine Lederrüstung haben wir ja ohnehin auch dabei. Leder und Fasern nehmen wir einfach auch mal mit, damit wir in jedem Fall die Lederrüstung nochmal heile machen könnten. Gut, die Flinte lassen wir auch mal hier, werden wir womöglich da nicht brauchen. Da sind wir mit Armbrust und einem Compound Bow sehr gut bedient. Was wir aber auf jeden Fall mitnehmen sollten, sind noch Schlafsäcke, wie immer. Die müssen wir da vorplatzieren und ein paar Grappling Hooks. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder bei der Lava-Höhle. Oh, was geht jetzt? Gibt es doch nicht. Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt, Kollege. So, tot. Nicht, dass er uns etwas Wichtiges klaut. Skipper ist schon wieder on Tour. Skipper, 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 Skipper. Irgendwie hat er so einen sehr eigenen Kopf. Läuft immer weg. Der kommt schon gleich wieder. Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall da bei der Höhle. Ich zeige euch gleich auf der Karte, wie das Ganze aussieht. Wir platzieren aber erstmal hier vor wieder unsere Schlafsäcke. Auf der Karte sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir gehen jetzt hier gleich rein. Das ist so ein kleiner Eingang hier unten in so einer Bucht. Findet ihr auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt Skipper. Und eigentlich ziehen wir jetzt auch nochmal auf jeden Fall den Ghillie Suit an. Ja, sexy. Einfach nur verdammt heiß. Heiß, heiß, heiß. Ich gehe jetzt volles Risiko. Ich packe jetzt die Grappling Hooks noch nicht in der extra Armbrust rein. Sondern packe sie um, falls ich das tun müsste. Wurst. Der Skipper läuft immer weg. Der macht mich so wahnsinnig. Hier geblieben. Auf jeden Fall packe ich die Grappling Hooks, glaube ich, vorher noch nicht rein. Wir müssen einfach wegziehen. Ob das... Ah, ich hater mit mir. Es ist halt Lava und Lava wird uns definitiv töten. Egal, wir holen uns mal so eine Suppe rein. Wir haben genügend Wasser dabei. Wir haben ein bisschen medizinisches Zeug dabei. Sollte schon irgendwie was werden. Wir reiten mal durch. Die Höhle. Die schwierigste Höhle, die ich bisher gemacht habe. Die haben wir zusammen gemacht in einem Stream mit der Community. Das war ganz nice. Wie sind die alle eingefroren hier? Oder was ist los? Da stehe ich nicht ganz. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber wir kriegen noch keine Überhitzung. Das ist krass. Ghillie Suit und 20 Resistenz und Suppe bringen offensichtlich was. Oh, jetzt sind sie da. Jetzt wollen sie alle. Und jetzt geht es auch rund hier. Aber es sieht heute ganz gut aus eigentlich. Und das Schöne ist, deswegen bin ich heute auch in die Höhle gegangen. Ihr habt jetzt mal wieder eine komplette Höhle. Ohne, dass ich hier den Sound weg essehe. Oder, oder, oder. Bei den Fliegedingern muss ich eigentlich noch aufpassen, ne? Da muss die Armbrust eigentlich mal her. Das sind ganz schön viele davon hier. Oh, verdammt. Oh, das sind sehr viele. Das nennt sich gerade taktischer Rückzug. Einmal ein bisschen Distanz reinbringen. Nochmal neu ran. Und da kriegen wir auch direkt eine Menge gelegt. Und sie gehen zum Glück alle nur auf den Skipper. Dadurch kriege ich jetzt hier keinen Schaden. Werde auch nicht. Mit Tollwut belegt. Sehr schön. Jetzt hat die Frage, ob ich das Ding hier nutze. So, das war theoretischer Plan. Mal sehen. Das ist ein Skipper auch. Zwischendurch mal ein bisschen aussortieren. 1090 Fleisch. Ist vielleicht auch für ihn ein bisschen viel gerade. Links geht es definitiv weiter runter. Da sind super viele von den Füchern. Oh, verdammt. Was macht denn der? Was ist das für ein Dino da drin? Was ist das für ein Dino gewesen? Machen wir jetzt nicht fertig hier. Wir ziehen uns die mal alle eben wieder her. Versuchen ein bisschen Kontrolle hier zu bekommen über die Situation. Wir warten dann ein paar Kollegen hier. Hä? Was sagt er? Guck doch mal her hier. Ich weiß, dass es hier auf jeden Fall Explorernos drin gibt. Es wäre jetzt mal schön, eine zu bekommen, die weiter oben liegt. Mich interessiert jetzt sehr. Was ist das für ein Dino? Megalosaurus. Und es ist nach... Ah, deswegen ist er auch da. Weil es nachts ist in der Level 85. Die sollen richtig reinziehen. Nachts. Wir warten mal, bis er sich wieder pennen legt. Wir gehen erstmal hier lang. Und der bewegt sich auch nicht. Irgendwie ist die Höhle heute ein bisschen buggy. Diesmal ist ein Drop hier. Ich hatte letztes Mal hier oben einen Drop auf dem Stein. Das war ziemlich ätzend. Weil dann noch aus der Wand ein Skorpion kam. Was ist das für ein Mammutsattel in blau, ne? Oh, ja. Würde ich gerne mitnehmen eigentlich. Das ist eine Steinspitzhacke gesendet. Das ist so geil gesendet. Aber kriegen wir den hier mit raus? Skipper ist ein bisschen... Wir nehmen den mal eben kurz einmal raus zum Agi. Können wir ja immer mal gebrauchen. Den werden wir bestimmt nochmal gebrauchen können. Gerade wenn ich jetzt sage, dass ich die Base fertig bauen will. Was ja schon cool wäre, das auf jeden Fall zu machen. Der Megalosaurus ist auf jeden Fall immer noch da. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter runter. Hier muss ich unbedingt aufpassen, wo ich hintrete. Ja, weil hier geht es nämlich ganz blöd einmal. Da ziehen wir uns erstmal die Viecher und machen die platt. Sehr schön, ich gehe hier mal ganz langsam. Wenn es hier runter geht, ein falscher Move, irgendwas kommt jetzt hier aus der Wand raus und schubst uns oder so. Dann wäre es das für Skipper definitiv. Mein Zeug wäre aufweg, ich könnte es vielleicht noch bergen mit einer Angel. Das würde gehen. Aber ich muss sagen, so heavy ist die Höhle diesmal gar nicht. Durch die Cayennensuppe und durch den Ghillie Suit sind wir echt gut dabei. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt reinspielt, dass ich auch noch diese 20 Resistenz habe. Aber letztes Mal hatten wir alle damit zu kämpfen, dass uns andauernd hier viel zu heiß ist. Und diesmal ja gar nicht, wir können ja locker durchgehen. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir letztes Mal die Höhle zu Fuß gemacht haben. Der Wolf macht hier definitiv die Arbeit sehr, sehr viel leichter. Es ist immer ein bisschen aufpassen auf das Leben von Skipper. Der hat jetzt ganz schön Schaden genommen. Hat jetzt auch nur noch normales Fleisch. Bratensfleisch soll ja mehr HP heilen. Wir müssen das ein bisschen im Auge behalten, dass er uns hier nicht wegstirbt, aber der macht das schon. Oh, jetzt kommen aber ganz schön viele. Skipper ist einfach so eine Maschine, Junge. Okay, hier wäre jetzt ein Jump, ich bin mir nicht sicher, ob für den Parken alleine kein Problem mit Skipper, ich weiß nicht. Insofern versuchen wir es einfach. Oh, da kommt er aber ganz schön weit, sehr schön. Da vorne ist auch schon das Artefakt, da werden wir auch rüber springen müssen. Da werde ich glaube ich mit einem Enterhaken drüber gehen, ohne Skipper. Warum läuft der immer? Warum läuft der immer eigenständig? Das macht mich wahnsinnig. Stellt euch vor, der wäre gerade in die Lava gelaufen, nur weil da noch irgendwie was ist, was er abfahren kann. Scheint so, als würde er jetzt stehen bleiben. Da sind noch Dilos, die aber gerade nichts machen. Glück gehabt, würde ich sagen. Sehr schön, damit haben wir das Artefakt des Gewaltigen. Wir laufen jetzt mal mit Skipper weiter, vielleicht finden wir noch einen Drop. Wir haben ja bisher nur einen gefunden. Es gibt hier auf jeden Fall noch mehr. Oh, jetzt kommen ganz viele. Kritisch jetzt, kritisch. Ich bräuchte tatsächlich mal Healing für meine Dinos, das wäre mal ganz praktisch. Oh, das ist wieder mit einem Jump, das ist halt echt so eine Sache. Wir haben jetzt unten alles erledigt, können also wieder hochlaufen. Meine große Angst ist tatsächlich gerade, dass ich irgendwie irgendwas übersehe und dann auf einmal in der Lava bin mit dem Skipper. Und dann ist Skipper tot, das wäre nicht cool. Man muss überall rüber springen, das macht mich wahnsinnig. Ich hoffe, er kommt da rüber. Ich dachte, wir können den Jump noch umgehen. Ich gucke mir das erstmal an und was passieren könnte. Das ist nicht gut. Let's go. Nein, 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 nein. Nein, 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 Representative, lic danger sind. Amen. Amen.